hier durch hier waren wir noch nicht kanäle genau hieß ja wir sollen über die kanäle in die kapelle ja jetzt sind wir richtig oder da haben wir sehen also jetzt hier geradeaus und dann rechts lang ein unterirdisches abwassersystem sieht aus als könnte ich über diese kanäle schneller im schloss herum kommen ach so ja diese tunneleingänge ja die kennt man doch schon aus anderen spülen da ist die kapelle geradeaus oder ich weiß hier gibt es noch sehr sehr viel zum einsammeln aber scheiß mal drauf wir müssen jetzt nicht jeden raum abklappen oder so was hoffentlich kommt er hierher jeden zentimeter absuchen jetzt habe ich aber schiss ich muss da geradeaus vielfall dort hin wo der typ rausgekommen ist ich liebe den geruch brennender Amis ha 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 Nein, 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 ach komm, hier, warte mal, ich habe hier noch einen Special Aus dem Lieg direkt ein Roundhouse Kick in die Fresse, so muss das sein, du bist jetzt ruhig, das gibt es doch nicht, da fliegt die Waffe, hallo, hallo Da ist die Kapelle, sie ist gut befestigt, Fortsworth muss da drin sein Wo ist er das, hoffentlich sind dann Bucky und Dugan schon unterwegs Aua Aua Ich muss erst meine Dicken ausschalten Ich hasse diese Dinger, aber wir haben ihn grandios besiegt Hier liegt auch noch was, es ist so viel Stuff zum Einsammeln, mitten ins Gesicht Also ihr seht schon, wenn ihr euch das selber noch kauft oder sowas, ihr habt ordentlich was zu tun noch zum Einsammeln Wenn ihr auf sowas steht, dann ist das ein ganz gutes Spiel Abgesehen, dass es vom Einsammeln natürlich auch Bock macht Das ist der einzige Weg, komm mich nicht durch, dann muss ich oben drüber Toll, ich sollte aus der Schusslinie gehen Okay Nach unten, nach unten, nach unten, okay, das ist klar Jetzt hier rein Und wo hoch jetzt? Hier Okay, Kollege So schwer sind die echt nicht So schwer sind die echt nicht Wenn man weiß, wie man die Gegner am besten schnell kaputt macht, dann geht das auch ratzfatz Denen einfach das Schild wegreißen, wenn man so ein Special Schlag nicht hat Dann die Knöpfchen drücken Dann nochmal greifen In Smashing auf den Boden Und dann noch ausschalten So jetzt erwarte ich aber einen dicken Code So krass ist er jetzt nicht Ich muss nur finden, welcher Büchsterbe Und das tue ich natürlich nicht C Das geht aber nicht schnell, bitte nächstes Mal Mann, Gott So Alter, was eine Ketten-Explosion Ja, da können wir ja gar nichts machen Obwohl, da können nicht Doch, da kommen sie ja Was ist das schon? Ich glaube, das war es schon Das haben wir lieber nicht hier durchkommen Neuerhaftig Unmöglich Damit kann ich die Panzer für die Artillerie markieren Mit dem Teil hin? Halten für Koordinaten Ein paar Panzer brauchen Granatfeuer Das höre ich gerne Die feuern schon den ganzen Tag auf uns Zünden Okay Oh mein Gott Können die das nicht Warum ist sie erledigt? Wird das erklärt? Nö Ja, ist halt so Anstatt mal mit einem Artillerieschlag Direkt beide zu Zerstören Nö Nö, Alter, der Cap kann nochmal auf die andere Seite gehen, bitte Und dann nochmal dorthin, bitte Und dann nochmal dorthin So Jetzt bist du dann, Kollege Ziel arretiert Feuer wenn bereit In Deckung Yay Whee Cap, wie war's? Absoluter Volltreffer Toll Cap, Bucking und Dugan sind zu ihrem Standard unterwegs Hohle sie Falsworth da raus Hoffentlich ist es nicht zu spät Ah, positiv denken Ah, positiv denken Immer schön positiv denken Wo muss ich denn überhaupt lang jetzt Wo muss ich denn überhaupt lang jetzt Muss ich wieder zurück hier Wo muss ich denn hin jetzt Bestimmt da hin Ja, aber wie komme ich da hin Das wär's ja gewesen Einfach mal rausjumpen Aber das geht ja nicht Ich muss komplett zurück Oder wie Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht mehr Scheiße Da unten liegt ein Ei auf der Straße Das heißt Wir müssen da Was wir nicht lang Oder können da lang Zumindest Aber wo Alter Ohne Scheiß Das können wir doch bestimmt auch noch zerstören Oder nicht Alter, bist du blöde So nah stehst du da gar nicht dran Da sind Fahnenstangen Ich weiß nicht wo ich lang muss Guck mal Jetzt geht er nicht mal mehr da hoch Das heißt Wir müssen einen anderen Weg nennen Ich hab wahrscheinlich was Ich hab wahrscheinlich was übersehen Und zwar 100% dort wo ich den zweiten Panzer markiert habe Aber da hätte ich rausspringen können, oder? Irgendwie sowas Irgendwas richtig dämliches Hab ich übersehen 100% Ey, ich kenne mich doch Da lag was Ah, egal Hundertprozent Da hätte ich einfach rausspringen können Oder? Tatsächlich Ich bin so blöde Naja, egal Ich hab's ja nicht geschafft Ja, ich hab's nicht zu übersehen Untertitelung des ZDF, 2020